Ihr wolltet dann immer mal unserem Torhüter, unserer Nummer 1 Kevin Müller Fragen stellen, dann nutzt jetzt die Chance, kommentiert unter das letzte Interview, was ich mit ihm geführt habe, und zwar vor dem Spiel gegen Bochum, eure Fragen, wir werden fünf auswählen, ihm stellen und unter den Kommentaren werden wir dann auch einen Gewinner auslosen und der bekommt dieses Albträumebuch und natürlich eine Signatur von Kevin Müller da drauf. Und die fünf Fragen werde ich ihm dann natürlich nächste Woche stellen. Ihr habt bis Montag nächste Woche Zeit, aber alles Weitere wird dann auch nochmal in unserem Post erklärt oder unten unter unserem Video auf YouTube. Das Interview mit Kevin Müller seht ihr dann natürlich exklusiv auf unserem YouTube-Kanal, den wir euch auch nochmal verlinken. Ganz viel Spaß beim Mitmachen!